Die populären ME-REDLAB Datenerfassungsmodule sind verlässlich, kompakt, günstig und daher die ideale Lösung für eine Vielzahl von Messaufgaben. Egal ob Sie Strom, Spannung oder digitale Signale messen möchten, die ME-REDLAB Serie bietet qualitativ hochwertige Hardwarekomponenten, verbunden mit einem leistungsstarken Treiversystem zu einem attraktiven Preis. Innerhalb der Serie sind verschiedene USB- und Ethernet-gestützte Datenerfassungsmodule verfügbar, darunter kostengünstige Low-Cost-Module, simultane Sampling-Module, hochpräzise oder High-Speed-Module sowie Module mit hoher Kanalanzahl. Die Hauptmerkmale der Serie sind Module mit 8 bis 32 Analog-Eingängen mit einer Auflösung zwischen 12 bis 24 Bit, einer maximalen Sampling-Rate von bis zu 1 Megasample pro Sekunde, 8 bis 24 Digital-Ein- und Ausgänge inklusive Zählern und bis zu 4 Analog-Ausgänge. Mit der DAC-Ami für Windows-Software ist es möglich, mit wenigen Mausklicks eine komplexe Messaufgabe zu realisieren und hierbei werden keine Programmierkenntnisse vorausgesetzt. Die Software bietet Echtzeitüberwachung von Messwerten und Speicherung erfasster Messwerte als CSV-Datei. Ebenfalls ist es möglich, eine bereits konfigurierte Messaufgabe abzuspeichern, um diese zu einem späteren Zeitpunkt erneut durchzuführen. Wir bieten eine 30-tägige Testversion der Software an, um diese vor Kauf ausgiebig testen zu können. Alle RedLabs werden mit der Universal Library und dem SDK ausgeliefert, sodass eigene Treiber geschrieben werden können. Unterstützt werden LabVIEW, MATLAB, Visual Studio, C-Sharp und viele mehr. Fragen Sie noch heute an und kontaktieren Sie unser Sales-Team unter sales-at-milehouse.com oder besuchen Sie unseren Online-Shop. Nützliche Informationen und Links zum Thema finden Sie in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Einschalten.